So Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge E-Takes 2 und auf geht's, lasst uns rutschen. Zack, auf die Gleise gerutscht. Wie benutzt man das Ding nochmal? Ich hab's jetzt echt vergessen. Ja, dann verrate ich dir das nicht. Ich geb dir einen Tipp, mach mal R2. Oh. Und was kann ich jetzt hier machen? Ja, anscheinend nix. Weil vielleicht hätte ich mit dir da drauf gemusst. Ne, der Magnet war nicht stark genug. Ja, warte mal. Achso, der ist nicht stark genug für den Zweiter. Ach, da, warte, ich seh was. Das muss ich, glaub ich, machen. Ja, hör mal auf. Also das müssen wir beide machen. Das funktioniert nicht. Ne, du nicht. Versuch. Mal da, mal gucken. Oh, nee. Guck mal, dass ich's noch näher rankrieg. Da. So kannst du mich rüberfahren. Da stehst du halt drauf, oder? Ja, dann komm. Ne. Nein, mehr kann ich nicht mehr. Nein, 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 warte, 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 nein, nicht. Es kommt zurück. Ja, ich muss. Ich bin schon gespürt. So, jetzt, jetzt kannst du. Weiter kann ich nicht. Mein Magnet hört auf. Nein, du musst einfach nur drauf springen. Du musst einfach nur, nein, nicht. Jetzt, warte. Du musst einfach nur drauf springen. Du musst gar nichts mit deinem Magneten machen. Ey, ich seh da keinen. Diese scheiß Kante, Alter. Er hält sie einfach nicht fest. Das Ding ist sowas von dünn. Warte, 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 warte. Der kommt zurück. Es ist total schwierig, aus dem Winkel darauf zu landen. Ah, geht doch. Junge, Junge, Junge. Gut gemacht. Ich glaube, das war sogar richtig. Ja, war auch richtig. Also, ich muss, ja, ich muss auf meinen drauf, ne. Na, ja, alles klar. Wow. Wir sind safe irgendwann in dem Turm da hinten drin. Da müssen wir auch hin. Ah, okay, alles klar. Ah, ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Du musst das umdrehen. Okay, danke. Bitte. So, und jetzt bist du dran. Nee, doch nicht. Ich bin dran. Aber ich glaube, jetzt muss ich, muss ich mir das jetzt anders drehen. Warte mal. Komm ich von hier aus da dran? Ah, nee, warte, andersrum. Ich muss zuerst hoch, oder was? Ja, ja. Herzlich willkommen zurück. Komm. Ach, er hat sich unten festgehalten. Sie hat sich unten festgehalten. Ich sehe ihn drauf. Ja? Was ist denn jetzt los? Ja, jetzt kannst du das nämlich für dich machen. Machst du für dich alleine. Wieso? Okay, let's go. Boah, wie cool das gemacht ist. Mhm. Und so hell. Bam. Ich glaube, da oben. Ach, guck mal. Haha, er ist da. Haha, er ist da. Ich wusste es. Yes. Dann geh du mal drauf. Was war das denn? Boah, boah. Boah. Ich bin doch nicht ganz sicher, was das war. Ach man, ich dachte, ich könnte vielleicht selber mit drauf. Nein, das geht nicht. Nee. Brauchst du nicht versuchen. Du musst schon ein bisschen weiter, ne? So, ich hab's. Wie? Ja, das ist los. Du? Ich glaube, du musst da rüberspringen. Ja, das habe ich ja gerade schon gemacht. Also nicht auf der, die Brücke, sondern. Warte mal. Aber darüber, da komme ich ja nicht. Ich komme ja gar nicht so weit. Und ich hab gerade schon da. Ja, geradeaus, oder? Na, keine Ahnung, ob ich so weit komme. Siehst du? Da komme ich nämlich nicht. Ich glaube, du musst da rüber. Oder? Ja, du ziehst das ja zu dir hin, ist das Problem. Na, so geht's nicht. Nee, aber das Ding ist, das Ding ist ja, wenn... Ich kann dir das ja nochmal zeigen. Mach das nochmal wie gerade. Dass du mich da rüber ziehst? So, und wenn ich mich jetzt... Ja, ja, so, und jetzt? Und du drückst ja auch. So, jetzt, jetzt, genau, jetzt lass mal langsam... Nee, nee, du drückst. Das ist deine Farbe. Ja, ja. Gleiche Farbe drücken sich weg. Ja. Ja, aber wie soll ich das denn dann hier machen? Ich drück das weg, eigentlich... Du musst wegen mich drücken. Was? Ist hier irgendwas, wo du gegen... ...gegen drücken kannst? Nee. Was war das denn? Oh, nein, ich bin runtergefallen. Also, ich kann hier nix machen. Das ist ja schon... So weit ist es schon richtig. Ja, aber wo musst du da hin? Vielleicht musst du dich klonen. Kann ich doch nicht mehr. Ich hab da jetzt den Magneten. Ich hab da auch noch mit. Warte mal. Das bringt jetzt... Ah, warte, nee. Du musst auf die andere Seite gehen und ziehen. Ja, aber auf welche andere Seite? Genau, geht da weiter gerade aus. Ach so, hier hin. Ach, hier hin. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Hast du? Ja. Ah. So. So. Kannst du hier endlich aufhärmen, wenn man den Chat liest. Schlittschuhe? Geil. Ich merke schon, was die machen, die wollen uns wieder zusammenbringen. Geil. Geil? Ne, ich will nicht mit dir zusammen sein. Denk dir mal an die Scheidung. Geil. Geil. Oh, Winterklaut. Hier geht's. Ja, großartig. Oh, du wirst meinen Arsch schreien. Ich mag es hier. War es so kassierig, als wir hier waren? Ja, ja, es ist einfach so, wie ich es erinnere. Willst du hier noch ein paar Mal nachdenken? Hm. Hm. Du sollst gehen. Ja. Ja, ja, ja. Du bist gut. Ich weiß, komm mal. Was? Wo gehst du? Rass dich auf den Boden. Okay. Okay, du bist auf. Alter, wie cool ist das denn? Echt cool. Was ich guck dir mal an, was ich für Pirouetten mache. Hm. Oh. Aber ich hab beinahe, ja beinahe ein Ding zum Bauchplatscher gemacht. Guckst du das da oben noch alles an? Ja. Ja. Guck mal, da hängt eine Lampe. Alter, einfach nur der Hammer. Das ist so ein cooles Spiel. Das stimmt. Pang. Du bist ja schon so weit unten. Ja, ich bin nur eine Etage tiefer. Oh ja, Snowland. Nur eine Etage tiefer, Alter. Du bist fünf Etagen tiefer. Snowland. Wuhu. 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 Das ist großartig. Perfekt, dass du es in. Ja. Und ich hab noch den Haken an. Wuhu. 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 Tada. Weißer Bildschirm. Das ist auch gut. Erst warme Mahlzeit. Das ist heftig. Nordpol Erkennst du die Stadt Nordpol Boah, jetzt musste ich lachen, aber ich bin derzeit was getrunken, ey Alter, break the ice and get your prize Ja, komm mal her, 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 bring mal deine Glocken hier zum Läuten, warte Hier gibt's bestimmt noch was zu entdecken, so ein Minispiel oder sowas Ja, wir hatten schon lange keins mehr, ne? Ich hoffe, wir haben keins verpasst Wir haben ja hauptsächlich in der Uhr gekämpft, vielleicht wär in der Uhr eins gewesen, aber ich weiß nicht wo Glocken läuten FSK 18, Alter Wo willst du hin? Drauf Nein, warte Alter, das war ja aber nicht extra Nein, 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 lass mal nochmal, ich hänge zwischen Okay, warte mal Mach mal Mach den mal Ja, du musst dir dann Ja, genau so Nein, runtergefallen Okay, ich komm da oben dran Ich hab mich nicht mehr als man denkt, weil die Ja Dieser Magnet, der schwingt nach Ja, genau, und du musst weiter runter? Noch ein Stückchen weiter runter musst du Aha Ja Nein Ich komm dann immer an das Eis von deinem Stein Ah Okay, warte Okay Nein Hä? Hä? Ich verstehe doch nicht, warum du einfach an dem Stein hängen bleibst Kann ich nicht Doch, klar Ja, komm mal Ich spring mal weiter oben dran Ach, scheiße, jetzt hab ich Falsschungen gemacht Ja Aber jetzt springen wir dran Ja, ich muss da, so Jetzt dann Zieh hoch So Dann mal Bam Oh, wow Die Glocken von Iricho Oh Na, was geht da ab? Oh nein Oh nein Unsere Enemies Hol die Knappe rauf Die reden wie die Minions Alter, wie voll das hier auf einmal wieder ist Na, ob wir erstmal Schlittschuh fahren Ist das richtig? Wir haben gut Mittagessen Boah, der hat mich voll weg gewämst Oh, ein dicker Mann So, komm Soll ich hier runter? Na, okay, komm Ihr seid große Männer Wenn ich einfach so stehen bleibe, killt er mich? Naja, er schiebt mich einfach nur weg Naja, er schiebt mich nur weg Ich würde sagen Warte mal Ich zieh doch mal bis zum Ende durch hier, Mensch Ja, ich sag doch, was geht da? Das sieht nach vielen Aufgaben aus Naja Was denn? Aber voll das große Areal, voll cool Mal erstmal nach links gehen Das stimmt Ja Sagt er ja und lief nach rechts Ich renne erstmal hier drauf Oh, cool Also ich seh schon unsere Aufgabe da hinten Da ist die zweite Glocke, die musst du machen Okay, ich glaub, hier soll man nicht runter Ah, nein, 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 nein Hier sind so viele Glocken Ach, jetzt bin ich wieder unten Wo bist du denn? Frag ich's dir nicht Süßer, die Glocken, die klingen Boah, wie cool das ist Du kannst ja einfach überall her Leiden Ah Willst du dir kommen? Na, komm mal Ach, die kann man kaputt machen? Ja Bleiben wir da stehen Bleiben wir da stehen Bleiben wir da stehen Hahahaha Ich hab jetzt das Ding gemacht Hahahaha Ach so Hahahaha Ja, wie viel hast du denn? Voll auf die Zwölfe Ah, ich bin hängen geblieben Am Stein Hahahaha Alter, man trifft einen sogar während des Jumpens Ja Ja Aua Doppel K.O. Oh nein Oh nein Oh nein Hahahaha 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 Let's see if the old hands still got it Ja, warte, genau Lass Hahahaha Oh, warte, genau Hahahaha 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 Oh, Junge Voll Mit dem Sprung er ist Hahahaha Hahahaha Hörst du mal auf da Man kann aber auch nicht ausweichen, ne? Nö Ihr seid einfach zu gut im Zielen Ja Ja, okay, komm, let's go Ja, hast recht Ich wusste es Hahahaha Oh nein Hahahaha Oh nein Oh nein Oh Ah Ah Jetzt ist Boah Ich hab jeden getroffen, hör mal Was geht ab? Ich hab keinen mehr Ich muss das machen Ah Ah, okay Ja, ich glaub ich muss erstmal hier hoch Ja So, jetzt müsste es klappen Bring dich an Gut Ich kann damit nur ein bisschen halten Jump Ja Alter Das war knapp Aber guck mal auf dem Ah, guck mal da oben drauf Da musst du glaub ich hin, ja Ja Ich glaub ich musste ich dann aber wieder irgendwo anders hindrehen, ne? Ja, du musst mich da wieder hindrehen Dann kann ich auf den Glockenturm So Boah, mal gucken was jetzt passiert Schön Mach schon mal meine, meine Kamera weg Dann kann man jetzt hier das wunderschöne Bild sehen Jetzt werden die Vögel bestimmt ja auch lebendig Oh leh Oh, er hat Waffeln Jo, läuft ja Oh Ey, das ist doch locker irgendwie Das ist aber bestimmt ein Minigame Wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier bei den Schaukeln, komm mal hier hin Warte Ich schaukele dich an Ja, okay Hey, du sollst mich anschaukeln, nicht ihn Mir wird gleich schlecht Glaubst du, da kannst du den Seilton mitmachen? Nein Ich muss Boah, ja bestimmt Vielleicht muss ich auch für einen Erfolg da einfach Ja Ja Jetzt springe ich einfach mal runter Ach, schade Aber hier ist es glaube ich einfacher Nee, ich kann Also ich kann nicht Ich dachte ich kann nicht Ich kann nicht runterspringen Vielleicht musst du den wegkicken Oh ja, Trophäe Aufgeschaukelt Oh, du hast ihn weggebämmst Oh Oh Das ist die Trophäe Schade Alter, setz dich mal da drauf Wenn ich jetzt auf Abbrechen gehe, mal gucken wo ich dann lande Jo Ich fliege auch Alter Das ist schon cool Oh, ich bin bei den Schlitten Geil Ja, ich komme auch gleich hin Kannst du damit ausfahren? Setz dich mal draus Den musst du bestimmt wegschießen Was ist denn sein? Jo Wie gehts er? Ah, der noch nicht Der Kotzlöchel Oh, deiner ist im Weg Risauma? Hallo? Oh, jetzt aber Jetzt kommt Vollgas Oh, ich habe mich selber gekillt Oh, ich habe mich selber gekillt Gericht Oh, ich habe mich selber gekillt Ja, ich habe mich selber gekillt Und dann kann ich immer noch ja Alter. Ach krass, man kann doch noch solche Moves machen. Oh. Ja. Das klappt dann nicht. Aber warte mal, das will ich nochmal testen. Den kann man safe wegwämmen, den Typen. Ja, aber ich wüsste nicht wie. Die beiden Dinger stehen sich hier halt im Weg, ne? Ja, ja. Oh. Ich bin rausgesprungen in der Typen. Jetzt hat sie weggezogen. Oh. Vielleicht, wenn ich da oben bin, kriege ich den dann... Warte mal. Jag den nochmal hoch. Na ja, warte, das geht nicht. Na ja, ich kann hier nichts machen hier oben. Schade. Ja, weil du bremst ihn glaube ich nur ab. Na ja, ich kann gar nichts machen. Okay, komm, lass mal weiter. Mal hier ein bisschen umgucken. Vielleicht finden wir noch irgendwo ein Minispiel. Alter, geh doch hoch. Ja, jetzt hab ich ganz verkackt. Warum machst du denn sowas? Ach, der war ein ganz schönes Stückchen runtergeflogen. Der lange Tote. Meinst du, wir müssen die Schneemänner hier kaputt machen? Bestimmt nicht, oder? Oh, keine Ahnung. Ich hab schon ein paar kaputt gemacht, aber... Die sind alle eingefroren, ne? Lass die... Lass die doch mal in Ruhe, da. Aber wie würdest du dich denn fühlen, wenn einer auf deinem Bauch rumspringt? Aber ich chill auch mal kurz. Keiner hat was gesehen. Nee. Sollen wir zu dem einen Türmchen hin? Oh, das war ein bisschen... Okay, hier haben wir den... Oh, das hat nicht so geklappt. Oh, das ist viel... Oh, das ist die richtige Maschine. Ja. Ich habe die Bälle gesehen. Wir sind über die Bälle. Halt dich doch fest, das Mädchen. Ach so, klar. Okay. Na, warte. jetzt muss ich daran festhalten passt ne komische ansicht die du hattest du musst hoch so geht das leute um die letzte glocke machen war noch haben wir die glocken in der folge fertig oder was meinst du ich will auf das karussell ja wo ist das gehe ich auf das riesenrad meine ich ja aber wir können ja richtig speed geben jetzt pass auf den wird hier allen schlecht auf dem riesenrad vielleicht übergibt sich hier einer bei mir also ich bin drin korrekt gib mir mal hier zunder achte mal ne du musst die roten machen dann gibts damit zunder ja ja ich weiß boah alter was war das denn bitte ich bin raus du hast mich da voll rausgekickt geh du mal da rein na na warte alter hier ist eine rutsche ohja warte ich kann mal die ist da oben nur voll die eskalation hier alle freuen sich so richtig okay das war schön oh ich glaube wir müssen das aquarium kaputt machen kann das sein ähm ähm ne 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 guck mal kannst du dich hier drauf setzen du musst dich glaub ich dran festhalten und ich kann nicht wegdrücken kannst dich da drauf stellen ne glaub nicht ja was müssen wir damit bestimmt machen oder ja weiß nicht super mario spielen oder so keine ahnung da hinten ist aber komm lass mal zu dem letzten glockenturm gehen ja wo ist der denn da hinten runter aber ist echt schön hier ne ja das ist richtig schön boah hab ich einen schwein gehabt ah hier ist ja irgendwas wundervoll schön du kannst schießen ich kann zielen was sein wäre ich kann zielen aber ich muss drehen wohin ist die frage da ich glaube du musst dann ich glaube du musst du musst da hinten hin lass mich das mal hier machen ich glaube du musst da hinten auf die andere seite ne komm ich nicht hin ne ist ja deine farbe eigentlich musst du dann dahin ja ok so Ja, was machst du denn da? Okay, achte mal, guck mal. Du kannst dich daran festhalten. Ah, okay. Okay. Und go. Ja. Noch einen. Ja, das reicht schon. Okay. Ja, da musst du mir, ja. Ich hoffe, du kommst an dem dran. Ja. Ich bin da, ich bin da, so. Okay, weiter, weiter, ich muss nur nach oben. Nee, nee, du musst hier hin. Okay. Nein. Ah, 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 mei. Kein Scheiß. Du musst eigentlich schon überkommen. Ja, ja, passt schon. So. Ja. Ich bin da. Und... Bumm. Der hat nochmal hinterher geschossen. Alter. Prügel. Die Stadt ist befreit. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch, ne? Irgendwoher kommt mir das hier, aber, äh, das, diese Viecher kommen mir irgendwoher bekannt von. Willst du noch zu diesem Dingens hin? Guck mal, du kannst dich hier dran festhalten. Mhm. Ah. Na komm, wir gehen noch hier zu der Kugel hin. Ja. Sollen wir das dann in der nächsten Folge machen, wie es hier weitergeht dann? Ja. Okay, dann warte ich noch, bis du da bist. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß gar nicht so... Ja gut, dann, ähm... Warte. Verabschiede ich mich hier schon mal. Ah, ich hab's gefunden. Ah, cooler Mann. Hohl Gas. Oh. Gut. Gut, dann würde ich sagen, was danach passiert, oder was da passiert, sehen wir dann in der nächsten Folge. Du hast keinen Schneeball mehr. Haha. Dann, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao. Au. Tschüss.